Ah, anscheinend können sie nicht irgendwo hochgehen, das ist sehr interessant. Sehr interessant. So. Okay, einmal T, einmal R, dann kann ich die auch wieder nehmen, nur das nicht mehr. Ja, mal kurz gucken, es sind nur tote Hunde. So, dann sind da noch... Aha. Schön, dass man diesen Blick hat und dass die Gegenstände da auch angezeigt werden. Damit kann man, damit kann man sehr viel schneller, äh, sehr viel weiter, weil man viel mehr findet, dann macht man auch viel mehr Geld und so weiter. Auch wenn ich das meiste jetzt mittlerweile schon habe, aber das ist ja weiter nicht schlimm. Von daher... So, dann wollte ich nochmal... Besprechungszimmer, komischerweise auch hier. Nice. Keine Bolzen mehr, okay. Ja, wieder Richtung Büro des Oberaufsehers. Muss natürlich sein. Wir wollen ja den dann am Ende doch noch ausschalten. Und meine Aufnahme wird immer länger und länger. Ich glaube, ich muss hier mal langsam... Was ist das denn da? Interessant. Oh, wo kommt der hier? Der guckt durchs Schlüsselloch. Was ist das denn für einer? Okay. Geheimzimmer von dem Kerl, den ich brauche. Musikspieler, okay. Der hat da ist. Aha. Da scheint noch was Interessantes zu sein. Aha. Die Litanei der weißen Klippen. Ausdruck auf der Schriftaufseheraufrufung verfasste Oberaufseher Albraham, Templeton. Ja, nö. Wer das lesen will, der darf. Ansonsten muss nicht sein. Elendem Fuscher in Coltridge lassen Carvo einfach so entkommen. Wer weiß, was er jetzt anstellen wird. Heirem, der Lautregent, wie er jetzt genannt werden will, vertraut auf die Sokolov-Geräte, die sich überall in der Stadt befinden. Ich bin mir nicht so sicher. Wenigstens ist das Mädchen an einem sicheren Ort. Meine zwei Besuche pro Woche erlauben mir, die Einrichtung zu inspizieren, wie man so schön sagt. Immerhin ein Vorteil. Das klingt nicht sehr nett. Einrichtung zu inspizieren. Das... Da würde ich eher sagen, das ist, ähm... Naja, sexueller Missbrauch vom Minderjährigen. Oh, nein. Oh, nein. Das könnte jetzt ein Problem werden. Wenn das einer mitbekommt... Ei, ei, ei. Wenn das einer mitbekommt... ... wird das echt witzig. Da kam auch schon der Nächste, so wie ich das gesehen hab. Oder? Hab ich falsch geguckt. The Backyard. Der Garten. Hinterhof. Okay. So, jetzt würde mir ein Plan gut tun. Der Halt da ist. Ah, dahinter ist eine Alarmanlage. Okay. Da sind Pfeile. Oh Gott, nein. Nicht mal wieder hauen, ey. Wollte ich doch gar nicht. Der Halt da ist. So, jetzt ist er da hingegangen. Oh, Mist. Eigentlich wollte ich das nur lesen. Oh, die sieben Gebote. Noch einmal. Man sollte diesen Text wohl unbedingt lesen. Ah, gut. Der Halt da ist. So. Das war der Geheimraum. Da liegen jetzt die Leichen. Oh, ich bin gerade... ... ein bisschen... ... desorientiert bei der ganzen Nummer hier. Moment. Wieso kniet der Kerl da? Überleben da? Hm. Naja, gut. Das war jetzt eher Zufall. So, dann nochmal... Ach, in dem Zimmer war ich ja schon. Das ging jetzt auch recht schnell. Ich hab noch nicht aufgepasst. Verdammt. So. Da oben sind noch zwei. Oh. Das ist eine Karte. Schön. Zum Holgans Square. Da kam ich ja her. Gedenkraum. Da war ich, glaube ich, drin. Oder? Moment. Hm. Hauptsaal. Noch ein Gedenkraum. Genau, da war ich drin. Im Hinterhof. Zu den Swingern. Da bin ich rein. Besprechungszimmer Archiv. Das ist noch wichtig. Ich muss auf die andere Seite. Und dann runter. Dann muss ich am Besprechungszimmer vorbei. Aber das ist egal. Ich muss nochmal ins Archiv und ins Verhörzimmer. Also da hinten runter. Na gut. Da hab ich gerade schon wieder einen gesehen gehabt. Das war ja klar. Das Problem ist, komme ich hinter den? Wohl eher weniger, oder? Oh, doch noch. So. Den kann ich dann hier hinter verstecken. Das wird niemandem auffallen. Wenn der Depp da hinten liegt. So. Ähm. Da ist nichts. Das ist das Besprechungszimmer. Das brauchen wir noch nicht. Was wir brauchen. Achso. Äh. Den Alarm müssten wir ausschalten. Davon haben wir ja mittlerweile genug. Von den Werkzeugdingern. Hatte ich die Abriegelung gestern Nacht erwischt? Ups. Sechs Stunden lang. Mal ist von oben bis unten durchsucht und hatten nichts außer der Brühe zu essen, die wir gratis verteilen. Natürlich haben wir nichts gefunden. Habe ich dir erzählt, wie sich einer der Fenster in den ersten Stunden erschließen ist? Ich dachte, dadurch verschwindet es. Und als ich zurück wollte, hatte jemand das Fenster geschlossen. Verbrachte den Rest der Abregungszeit auf einem Simps. Vielleicht haben wir leider dabei zu betät. Na, okay. Da habe ich schon genug von. Von daher. Noch einmal. Jetzt bin ich hier. Jetzt gehe ich runter und in die beiden Räume, wo ich noch nicht war. Das sieht aber ziemlich störend aus hier. Moment. Two Canals. Ach, hier war ich schon. Aber ich bin nicht nach hier drüben gegangen. Wohin. 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 Moment. Das ist doch... Ist das nicht dieser komische Gedenkraum? Doch, das sind die Gedenkräume. So. Hä? Zum Garten. Archive Room. Under... Integration Room. Derogation Room. Okay. Sehr interessant. Das müsste dann ja... Hier sein. Meeting Chamber. Was zum... Ach, doch. Stimmt. Klar. Ich bin ja schon oben. Natürlich. Die Räume sind ja... Ja, und da ist... Da, wo ich lang wollte. Willst du mich verkohlen? Da steht eine. Okay. Na gut, dann... Würde ich den einfach noch mal ein bisschen rankommen lassen. So. Jetzt hätte ich umgedreht. Wäre schön... Blöd gewesen, dem da rein zu rennen. Wow. Wow. Wow war das knapp. Das war enorm knapp. Oh Gott. Der hat das nicht bemerkt. Der hat das nicht bemerkt. Ja, ich... Was ne krasse Sache. Wie kann man sowas nicht bemerken? Und jetzt... Attentator! So langsam. Verdammt. Schlüssel zum Verhörzimmer. Schon mal nicht schlecht. Hm. Der eine ist bewusstlos, der andere tot. Na, klasse. Ja, auf jeden Fall ist der Alarm schon mal aus. Lass die Waffen hier rumliegen. Sollte allerdings niemanden stören. Und... Ah, das Archiv. Oh Gott. Enthüllungsprotokoll Nummer 965. Zu Diebstahl, Lebensmittel, Nachbarn. Ach Gott, nee. Noch einmal von vorn. Martins Plan war, ihn auf dem Gefängnis von Coltridge zu befreien. Keine Frage. Aber warum Corvo? Der Mann, der im ganzen Kaiserreich gefölkert ist. Er ist so blutrünstig, wie alle sagen. Unterließe eine Spur von Leichen. Und wie er der Axt ausgewichen ist. Wir können schwarze Magie nicht ausschließen. Er hatte Hilfe, gewiss. Aber wie weit geht das? Die Spur führt zu Martin. Aber Martin kennt jeden. Überall. Naja, was soll's. Schmeißen wir den mal in die Ecke. Ach, Pistole. Die brauche ich ja gar nicht in letzter Zeit. Was essen? Corvus Atanos Aktivitäten. Oh. Okay. Mittelmäßigkeit. Glaube ich kein mittelmäßig. Unbestätigt. Auszeitpersonen auf die Beschreibung. So wie ein Gebäude mit unbekannten Frauen. Mal bei der Akademie nach. Ah. Ah. Hm. Nicht richtig aus zweiter Hand. Nichts Interessantes eigentlich. Nur verschiedene Infos eben. Wer hat es da ist? Normalerweise ist ja sonst alles markiert, was wichtig ist. Nee, gar nicht. Aussagenprotokoll Nummer 7, 3, 8, 2, 4, 6. Och Gott. Der Fall Agathor hoch. Und der Fall Agathor hoch.